Hey, lass mich jetzt mal in Ruhe, ich muss mal einen Text für heute lernen. Herzlich Willkommen in Selbstmitte Welt. Und Jenny. Ich hab gar keinen Zettel bekommen für diese Woche. Ich weiß gar nicht, was ich heute sagen soll. Warum muss ich wieder die Zickige spielen heute? Weil du die Zickige bist! Was ist denn, bin ich krank? Ich kann doch nicht hier ständig mit dem Paprik knutschen und so tun, als wären wir ein Paar. Timo! Timo! Timo, es geht nicht hier. Timo! Was? Ich muss dich heute wieder küssen, aber ich bin krank. Das sag ich dir jetzt schon mal. Ja, was steht da drin? Was soll ich denn machen? Mach einen Schluss. Mach einen Schluss. Das ist scheiße, echt. Und dann kommt der Versöhnungsknutscher. Wie er immer sagt. Mach mal Schluss, mach mal Schluss. Ich höre es jetzt schon. Sieh, Spielberg kann nicht strenger sein, als dieser komische Mete. Hast du deinen Text schon? Scheiß drauf, sag ich mir schon verloren. Ich hab keine Aufnahme. Ah, es ist dieser Mete, der ist voll streng. Ich hab keinen Bock da drauf. Ja, aber ich würd's den sonst machen. Mal bei Ihnen Tag und Nacht arbeiten, oder was? Wie ist das Spielberg? Wenn der hört irgendwie über den Lästern, ne? Dann kriegen wir so'n Anschiss. Außer dem mit seinem Scheiß-Timo. Ich würd mal gerne wissen, ob er da einen schlechten Tag gehabt hat, wie er die scheiß Namen aufgeschrieben hat. Nein, du hast gerade drückt. Entschuldigung. Nein! Das muss ich später. Ich muss noch die... Wie heißt das? Hier, Jenny. Wie heißt das, wenn man die Räume fertig macht? Die Räume fertig macht. Die Räume fertig macht. Ich muss noch die Kulissen vorbereiten. Ich muss noch die Schauspieler machen. Wir werden echt viel zu wenig Zeit vergeben. Für sowas gibt es doch nochmal Personal. Ja, aber nicht so gut. Entweder willst du, oder willst du nicht. Schnippt aus. Schnippt aus. Wenn der hierher kommt, kann ich drehen, nur weil du deinen scheiß Text wieder nicht fand. Ja, dann lass mich doch heute einfach aus, oder? Im Drehbuch hast du ganz viele Rollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie viele Rollen habe ich denn heute schon wieder? Da tauscht der mich bestimmt auf. Dann lässt der mich in der Serie bestimmt einen Autounfall haben, der mein Gesicht zerstört. Und dann liege ich wochenlang im Krankenhaus mit einer Bandage im Gesicht. Und wenn ich dann nämlich aus dem Koba erwache, und die Bandage geht ab, das ist ein ganz anderes Gesicht. Wie bei GZSZ? Ja. Auch nur weil der so geile Serien jetzt macht, der der Beste ist. Wie kam der auf diese Scheiße? Ein Hund im Studio, Mann. Ein Hund im Tattoo-Studio. War denn der das Viech überhaupt aufgedatet? Naja, Tiere ziehen Leute. Alle sind so Tierfreunde, vegan, vegetarisch. Guck mal wie die guckt. Die geht meinen ganzen Tag auf den Sack. Wenn ich zeichne, legt sie sich bei mir auf den Schoß. Hey Hund, geh mal zu deinem Frauchen. Ab! Das ist halt bescheuert, weißt du? Setzt da einen männlichen Hund daher und den soll man dann einen weiblichen Namen geben. Wie lasst du? Blinder, ehrlich. Ich finde es viel schlimmer, dass sie mich gezwungen haben, sich den tätowieren zu lassen. Profi-Produktion ist Profi-Produktion. Ich war geschockt. Ich dachte wirklich, wer macht das? Aber warum soll es bei denen anders sein, als bei uns? Das ist ja auch nur eine Antwort. Ich muss nur mein Sprungbrett in meine Schauspieler kommen. Die Stimme finde ich, dass wir Leute tätowieren müssen, und die Brandenlagen und die Hühne. Wo wir es überhaupt nicht können. Das geht nicht mehr ab, Mann. Erst wollten sie einen rosa Pudel und dann haben sie sich umentschieden. Jetzt habe ich zwei komische Köter auf der Hände. Jetzt ist es wenigstens feierabend. Wir haben dir den Pudel eigentlich rosa geküscht. Ich glaube, mit der möchte ich ihn. Der kennt aber auch nichts, dieser Mädchen. Das ist scheißegal. Der geht über Laichen. Der geht über Hunde laden, wie die denken. Kommt ihr auf die Idee, eine Tattoo-Show zu machen, ohne Tattoo-Bier? Die werden keine Zeit haben. So ein Scheiß. So, jetzt muss der... Ist es meins? Welches ist jetzt meins? Das hier, ne? Es steht doch im Drehbuch. Es steht doch im Drehbuch. Irgendjemand hat die abgewischt. Nein! Was übst du denn da? Nein! Aua! Ich schaue mich wieder, wie sie mich ankackt. Jedes Mal die selbe Leie. Scheiß den Patrick an. Scheiß den Patrick an. Der kann ein bisschen Papier im Laden. Hör nicht auf den. Hör nicht auf den! Ich würde gerne wissen, was bei dem falsch gelaufen ist. Ich kenne nur deinen Serien-Namen. Wir haben uns doch gar nicht richtig aneinander vorgestellt. Wir haben uns doch gar nicht richtig aneinander vorgestellt. Ich werde auch einfach manchmal mit Ling abgekürzt. Oh, Ling! Ich weiß auch nicht, woher der seine Scheiß-Klischees hat. Ich bin 8 Jahre im Tattoo-Studio. Gibt's denn sowas? Wir sind doch hier alles Kollegen, oder? Es gibt jetzt keinen Grund, mal wieder rassistisch zu sein. Das ist ein unverfickter Nazi-Land. Aber ich glaube, dass diesem Scheiß-Türken, der auch noch dreht, wenn uns die Scheiße hier vorschreibt. Ey, ich hätte keinen Bock mehr mit diesem Tivo zusammenzuarbeiten. Keine Ahnung. Scheiß Tivo. Ich muss seine Freundin spielen. Ich muss ihn auch mal küssen. Du musst ihn auch mal küssen. Du musst ihn auch mal küssen, Mann. Ich bin jetzt echt. Ich komm nicht rein heute. Ich male einfach. Das ist auch dann so mega spontan. Du musst ihn malen. Das nächste Mal mache ich... Selbst Augen ist unwiderstehlich, ne? Das nächste Mal mache ich mit extra Summe. Äh... Und dann bin ich mal gespannt, wie du das im Meter erklärt hast, was du das jetzt hier machst. Und extra viel Spucke machen. Ja. Ich hasse dich. Ja, mach nichts. Ich bin da nicht an der Tatsache, dass du meine Freundin bist. Ich bin froh, dass ich ein Bütchen dann sagen darf. Ja. Jetzt machst du Stolz, jeder macht Schluss. Ich will doch nicht, was der für ein scheiß Problem hat. Du musst mal eins bleiben. Ich kann nur... Ich bin jetzt Star, okay? Entschuldige, ich muss es gar nicht sagen. Ich muss das machen. Ich will es nicht mehr, aber ich bin Star, Leute. Ich hab vier Rollen. Vier. Wie viel hast du? Am Bauch nur zwei. So, jetzt noch den scheiß Text. Wie ist der Timo? Wie herum ist es jetzt? Wie herum ist es jetzt? In der Folge hast du... In der Folge hast du Patrick. Ja, Patrick. Also nochmal. Du hast ihn doch per E-Mail gekriegt. Da hab ich gar nicht geguckt. Da hast du gar nicht geguckt. Da hab ich gar nicht geguckt. Wir müssen auch immer gucken, dass wir das mit den Namen hinkriegen. Dann müssen wir heute improvisieren. Dann machen wir das heute Runde. Ich kann nicht improvisieren. Normalerweise spreche ich doch gar kein Deutsch. Ich tue das doch alles nur auswendig lernen. Da hast du bunte Welt. Bunte Welt. Da hast du bunte oder bunte? Runde Welt.